Hey, du. Ja, du. Du entscheidest, wie es mit deinem Ort weitergeht. Weil du hier lebst. Du kannst das Klima retten. In deinem Ort, in deiner Stadt. Ob die Schule ein Solardach bekommt, entscheidest du. Ja, du. Du kannst Lieblingsorte schaffen. Hat der kleine Laden in deinem Ort eine Chance? Das bestimmst auch du. Ja, du. Du kannst den Verkehr entspannen. Ob der neue Radweg kommt, entscheidest du. Ja, du. Du kannst Wohnen bezahlbar machen. Ob sie hier wohnen können, entscheidest du. Ja, du. Bei der Kommunalwahl am 15. März entscheidest du über die Zukunft deines Orts. Nutze deine Stimme. Weil es ums Ganze geht. Weil wir hier leben. Wähl Grün am 15. März.